Hallo, ich bin Laura vom OK der DINACON COMPACT 2022. Sie findet auch dieses Jahr wieder statt, und zwar am Mittwoch, den 23. November 2022 im Progge in Bern. Wir konnten ein interessantes Nachmittagsprogramm zusammenstellen. Mit tollen Keynotes, spannenden Fachsessions, Lightning Talks und natürlich darf auch ein Aperon für Networking nicht fehlen. Wir freuen uns auf euch. Bis dann!